in diesem video möchte ich euch beschreiben wie ich meinen notfall rucksack geplant habe als rucksack habe ich einen us amerikanischen taktischen rucksack ausgewählt in der farbe olivgrün und er besteht aus wasserdichten und reißfestem material dieses nennt sich 900 d oxford der rucksack enthält zwei große taschen zwei mittlere und eine kleine der rucksack hat mehrere befestigungsgurte an dem rückengurt befindet sich eine öse an dem man mit einem karabiner zb die taschenlampe befestigen kann des weiteren finden sich zwei ösen an den tragegurten so dass man auch die taschenlampe oder ähnliche dinge an den ösen mit hilfe von karabinern befestigen kann die kapazität des rucksacks beträgt 43 liter eine allzweck plane habe ich auch noch gekauft diese soll als unterlage für eine isomatte dienen oder ist als abdeck plane zu benutzen ich habe eine trinkflasche mit 1 liter inhalt besorgt diese ist eine trinkflasche vom us militär des weiteren habe ich ein erste hilfe z mit 32 teilen also pflaster multen schere sicherheitsnadeln und ähnliche dinge auch sollte man schmerztabletten dem notfallrucksack beifügen ich habe mich für novagin 500 milligramm schmerztabletten entschieden für die hygiene habe ich feuchte tücher ausgewählt da diese recht einfach zu handhaben sind als weiteres hygienemittel habe ich augenlidschaum dieses ist kompakt und einfach zu handhaben das ist also ein ein reinigungsschaum der eigentlich für die augen gedacht ist aber ich denke da man kann da jegliche sachen mit einigen des weiteren habe ich an sind würfel für den notfallrucksack geplant ich habe mich auch für ein elektronisches feuerzeug entschieden dieses kann ich mit einer externen stromversorgung wieder aufladen das feuerzeug ist mit einem usb kabel wieder aufladen und es erzeugt einen lichtbogen mit dem das feuer entfacht wird ich habe mich für eine solar dynamo taschenlampe entschieden da sie sozusagen ohne jegliche externe ladestation auskommt also nur mit solar oder dieser handkugel eine minute drehen mit der handkugel bedeutet circa acht bis zehn minuten leuchtdauer diese taschenlampe hat einen karabiner integriert mit diesem karabiner kann man diese taschenlampe am rucksack befestigen um sie mit solarenergie wieder aufzuladen als notfallradio habe ich mich für smithland er 300 entschieden dieses wird mit einem lithium-ionen akku betrieben es ist noch eine taschenlampe integriert wie eine hundepfeife um im ernstfall besser gefunden zu werden dieses radio kann auch als energiequelle dienen um andere geräte wieder aufzuladen ist das akku des radios leer kann es durch solar energie oder durch die handkugel wieder aufgeladen werden zur not kann man auch handelsübliche batterien verwenden aber das ist aus meiner sicht eher nicht ratsam als notstromversorgung habe ich noch zusätzlich eine powerbank mit 5200 milliampere stunden eingeplant als notfallessen habe ich mir cracker dünne roggen vollkorn knecke besorgt als süßstoff habe ich mich für stevia entschieden dieses ist von der dosierung her 15 bis 30 mal stärker als handelsüblicher zucker des weiteren habe ich eine gewüsebrühe eingeplant die man schnell durch aufgekochtes wasser zubereiten kann dazu dann eben die cracker oder das roggen vollkorn knecke oder auch knusperbrot erbselinse das ist auch sehr zu empfehlen alles ist sehr leicht und ohne probleme zu transportieren man muss da nicht groß was beachten weil es trockenware ist ich kann noch empfehlen trockene früchte mit in den notfallrucksacks hinein zu packen ich habe mich dafür klaumen feigen und datteln entschieden als kleinen snack um auf längeren monturen bisschen geschmack im mund zu haben empfehle ich nori chips das sind algenschips gesalzen und die andere variante ist schärfer das ist dann wasabi das sind auch dünne plättchen einfach dann zusichernd ein bisschen gespack malz bekommen